Hallo, willkommen zurück zum zweiten Teil von Roblox, Jump'n'Run und wir machen jetzt, kennt ihr das Jump'n'Run noch mit der Nintendo Switch? Ganz am Anfang haben wir hier hinten haben wir angefangen. Gib mal ganz kurz die Maus. Hier haben wir angefangen. Da haben wir angefangen und wir sind wie so ein ganz großes S-Schlange. So, auf jeden Fall, wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, verlinken wir euch hier oben in der Infobox. Ja, kann ich jetzt weitermachen? Na klar. Habe ich den Checkpoint? Ja, den hast du, safe. Habe ich auch das Gelbe? Ja, ich habe auch das Gelbe. Okay, scheint schon, ja. Ich habe gedacht, nur das Blaue. Wir haben das Video nämlich geteilt, weil sonst wäre das echt zu lange. Ja, aber wir sind schon fast bei der Nintendo Switch. Siehst du das Grüne? Da müssen wir drauf. Ja. Hinter der Nintendo Switch. Man muss quasi in das Switch reingehen. Hier, kletter mal hoch und da. Wirklich, Papa, ich habe das bei der Evi gesehen, dass man da auch hochklettern kann. Okay, gut. Dann mach es erstmal weiter. Genau, mach es mal weiter. Dann können wir es jetzt zeigen. Genau, wenn wir bis dann kommen. Lauf über den Checkpoint. Lauf über den Checkpoint. Genau. Bin ich drauf? Ja. Seh'n du da? Diese Dinger hatten wir schon dreimal, oder? Ja, äh, ja genau. Das dritte Mal jetzt. Ey, was müssen wir da machen? Ich glaube nicht. Okay. Papa, ich wusste das gar nicht. Papa, das ist der Umfeld. Ich wusste gar nicht, was ich da machen musste. Ja, da musst du hier durchbringen. Papa, wie hast du das gemacht? Ich war beim Blauen. So, ein bisschen näher. Nein, du darfst die Wände auf jeden Fall nicht berühren. Okay. So. Genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich bin weiter als du. Also, du hast es echt drauf. Guck mal, wie lange du überlebst, gell? Und wie lange der Papa nur überlebt. Hey, super. Schnell auf den Checkpoint. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube einfach nur drüber laufen, oder? Ja. Oh, das ist ja dicker als das andere. Mhm. Das stimmt. Hä? Wir sind ein bisschen leichter. Wir sind schon wieder so weit. Aber ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon so weit sind, ey. Mhm. Guck dir mal die Map von oben an. Ja. Wow. Also ein klarer Start. Also das sollte man eigentlich dann jetzt noch schaffen, gell? In einem Teil. Ja, in einem Teil schaffen wir das noch los, Luana. Los, los. Genau, los. Wie schafft man diesen Sprung dann bitte? Wie schafft man diesen roten Sprung? Den schaffst du nicht mal, Papa. Ha! Das sagst du nicht an. Ich muss mich nur konzentrieren. Musst du dich nicht. Äh, ich würde da ein bisschen... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Da musst du aufpassen. Das ist ein Förderband. Du wirst an die Wand, an die Wand gefördert. Und du bist schnell... Ah! Ohohohoho! Das war schon sehr weit! Oder? Ja. Du musst das so mit, äh, W machen. Nee, W darfst du da gar nicht drücken. Doch, W muss man drücken. Nee, ich habe jetzt keinen W gerade eben gedrückt. Du kannst einfach drüber laufen. Ja, ja, dann drüber laufen kenn ich. Das hatten wir noch nicht. Aber los, du hättest erfordert... Hallo? Du rührst bitte die Maus nicht. Warum? Ja, weil ich dann sonst woanders dahin gucke und dann springe ich... In den Abgrund! Also, kannst du durchfallen, das weißt du schon. Anscheinend nicht. Da fällst du sowieso locker, ey. Wieso? Luana? Nicht in Ordnung. Da fällst du, ich kenn nicht. Ich kenn nicht damit. Aber... Jetzt guckst du baff, gell? Jetzt guck ich wirklich baff. Lass es einmal mein Gesicht ausdruck sehen. Guck mal eins an. Mhm. Ja, aber eine Kamera werden wir ja nicht holen, haben wir ja gesagt, gell? Ja, weil... Das ist blöd. Genau. Dann mach ich wieder... Papa, ich bin... Weil das Schöne ist, wenn man uns da nicht so erkennt, können wir auch jederzeit aufhören. Ja. Papa. Was denn? Ah! Ich bin runtergefallen. Ich bin wieder angekommen. So Leute. Das ist dein, das da gerade... Also... Da war Pause. Ey, darfst mal nicht das blaue berühren. Das genau. Nicht das blaue berühren. Warst du auf dem Checkpoint? Ja. Hä? Ich bin gerade eben gestorben, sonst wär ich nicht da. Stimmt. Sehr schön. Ich... Ich... Ich war... Ich war schon barf als du... Äh... Dass ich so lange überlebt hab, gell? Nein, als du die Lasse schon geschafft hast. Ich glaube ich... Ich werde... Ich werde... Hatsamer. Guck, man kann einfach drüber laufen. Stellt sie mich hier so dahin. Ich würde gerne jetzt mal Pause machen mit Spring. Nicht die... Ah! Pause, Pause, Pause. Jetzt hatten wir schon mal einmal mit den Fischen. Stimmt. Seht ihr's? Äh... Man sieht's, man sieht's da. Ja, genau. Da. Da, da, da. Das ist in der gleichen Farbe. Ja. Siehst du da, wo die Ende von der Maustaste ist? Das müssten die Leute eigentlich sehen. Gell? Ja, natürlich. Checkpoint. Oh, das mit den Bellen hatten wir schon beim anderen Mal. Oder? Mhm. Guck mal, man hüpft vor allem sehr hoch. Ja. Moin, moin. Weil es ja natürlich Bällen sind. Weißt du, was die Leute auch schreiben können? Wer... Wer das bessere Jump'n'Run spielt? Aber ich glaub dann... Aber ich glaub eher dann du. Weil du hältst viel, viel länger durch. Ja. Ja. Papa, das ist voll schwer. Sieht einfach aus, aber das ist eh schwer. Ey, was muss ich da machen? Äh... Ich muss immer gucken. Jetzt sind wir gleich am Ziel. Ey, wirklich Pum, das hab ich gar nicht beobachtet. Ja, siehst du mal. Da darf ich auch nochmal, wenn es falsch ist. Nein, dann bin ich. Aber ich glaub ich darf nicht mehr spielen. Nein. Nee, das ist das Letzte. Tadaaa! Okay, jetzt müssen wir hier die... Guck. Das ist mein Tisch. Muuu. Okay, wir sind gleich da. Oh, hier gibt's ja auch noch mal einen Schambon. Hab ich gar nicht gewusst. Wenn ich schlafe, dann darfst du. Okay. Jetzt in das Geschmack. Tadaaa! Wir sind drin! Okay, lauf mal weiter. Warte, ich will nochmal kurz raus. Und... Boom! Warte, wo bin ich? Wo bin ich? Da. Was ist denn? So, wir haben es geschafft. Hi! Sehr schön, sehr schön. Ich glaub, schönen Weg anein geschrieben. Und was gibt's jetzt hier? Hier gibt's einen kleinen Spielplatz, oder wie? Ist doch kein Spielplatz, Papa. Ich dachte, hier werden jetzt zwei Schaukeln, oder so. Oh, hier kann man sich Sachen holen! Oder? Kostenlos noch nicht. Diese hat sich auch schon mal kostenlos hier Sachen geholt. Ja? Ah, okay. Cool. Das muss kleine Fee sein. Oh, ich bin ein Mann, das stimmt. Kannst du übrigens zwei Schwerter, oder so kannst du die auf den Rücken nehmen, oder? Welche Schwerter? Da zum Beispiel? Die zwei? Ich will das doch nicht anhaben, Papa, kann man das irgendwie... Äh, okay. Hilfe, was machst du? Ich bin schneller, ich laufe schneller. Ah, wenn man da drauf ist, läuft man schneller. Mhm. Aber... Asch lauft mit... Hä? Ich komm nicht mehr weiter, Papa. Asch hab grad... Hä? Warte, ich... Ich muss grad aus Versehen sterben. Hä? Ganz komisch, ganz komisch. Ganz komisch, ich kann eben... Hey, komm, wir gehen hin in den Whirlpool, dann beenden wir das Video. Ja. Ich wollte noch ganz kurz mehr Ding holen. Jetzt haben wir uns Entspannung verdient. Mhm. Ja. Ich wollte mir noch kurz den Ding holen. Was schönes. Äh, und zwar männlich. Grün Kürbis? Ja, und jetzt ab in den Pool. Ja, jetzt ab in den... Pool. Oh, dann kann ich schön genießen. Genau. So, und ihr könnt gerne den Abo-Knopf drücken, und verpasst das nächste Video nicht. Ja, ja, ja. So. Genau. Du sollst nicht so, das weißt du. Ja, ich hab's mit Kürbis. Genau, wir gucken uns das so noch an. Ja. Okay. Ciao. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.